Wenn ich eine riesen Scheinerei abgeschnitten habe. Könnte ich bitte gefüttert werden? Ich möchte gefüttert werden. Hallo. Ich glaube, ich habe was auf der Gabel drauf. Wie ist es mit dir? Keine Ahnung. Bist du bereit zum Probieren? Nee, warte. Das zieht sich hier irgendwie. Ich weiß nicht, habe ich was auf der Gabel? Du isst doch nicht zum ersten Mal blind. Ich esse zum ersten Mal blind. Ich habe doch kein Gefühl in Messer und Gabel. Wie soll ich denn da wissen, ob ich da was drauf habe? Ich pikse es einfach irgendwo rein. Ich glaube, ich habe was.